Ja, es ist tatsächlich möglich, eine Neukunden-Pipeline aufzubauen, die dir kontinuierlich, dauerhaft und zuverlässig neue Kunden liefert und das ganz ohne Kaltakquise. Und ich werde dir heute in diesem Video einmal diesen kompletten Workaround zeigen und das wird eine ganze Weile dauern. Also nimm dir gerne einen Tee, einen Kaffee oder speichere dir dieses Video, dass du später an dem Punkt weiterschauen kannst. Denn ich werde jetzt dich einmal komplett mit auf die Reise nehmen und dir alle Steps im Detail erklären. Das heißt, wir werden einmal anfangen mit dem Thema Sogwirkung statt Druck im Vertrieb. Wie baust du eigentlich eine Sogwirkung auf, sodass du gekauft wirst und nicht verkaufen musst? Wir gehen dann weiter in den Bereich Lead-Magneten rein und ich werde dir zeigen, wie du einen Lead-Magneten baust, der so attraktiv ist, dass die Menschen ihn dir aus der Hand reißen werden. Deswegen wird dann dieser Lead-Magnet dein perfekter Business-Beschleuniger. Im nächsten Step werde ich dir vier Fragen geben, mit denen du ganz einfach dich selbst immer kontrollieren kannst, wenn du neue Lead-Magneten machst, ob die auch on point sind oder nicht. Diese vier Fragen haben einmal in einem Live-Seminar die wahrscheinlich größte Aufruhr überhaupt erzeugt. Also freue dich schon mal drauf. Ich werde dir dann auch die perfekte Pareto, also den perfekten Pareto-Funnel zeigen. Also wie schaffst du es, mit minimalem Aufwand das Maximale da rauszuholen? Wir werden dann uns im nächsten Step anschauen, wie du in Zukunft Angebote machst, die so attraktiv sind, dass eigentlich kein Interessenten mehr sie ablehnen kann. Das ist die perfekte Grundlage, um sie dann auszubauen. Ich möchte dann mit dir auf die wahrscheinlich fatalsten Marketing-Denkfehler eingehen, die ich in den letzten Jahren gehört habe. Alleine diese Denkfehler sind wahrscheinlich das ganze Video wert, weil hier kläre ich wirklich mal ein paar grundlegende Mythen auf, die ganz viele falsch verstehen und weswegen sie einfach ganz locker 20 bis 30 Prozent Umsatz immer liegen lassen. Ganz krass. Ich werde dir dann auch mal zeigen, eine ganz realistische Rechnung aufmachen, wie schnell du eigentlich den Return on Invest bekommst, wenn du das ganze System so richtig machst und was sind absolut realistische Zahlen. Hier geht es nicht darum, Mond und Himmel und was ist alles möglich, sondern ich zeige es dir auf einem konservativen Rechnungsweg und ich sage dir auch, was ist dafür ganz genau nötig. Und last but not least zeige ich dir natürlich ein paar Beispiele, wie es bei Kunden funktioniert hat, was die genau gemacht haben und ich werde dir am Ende auch ein Angebot machen, das du nicht ablehnen kannst. In diesem Sinne starten wir durch und ich beginne jetzt mit dem Thema der Sogwirkung. Wir beginnen also mit der Frage, wie schaffen wir es im Vertrieb nicht immer diesen Druck von außen aufzubauen, sondern wie schaffen wir es, das Interessenten auf uns zu kommen. Denn es ist doch viel einfacher und viel schöner gekauft zu werden, als zu verkaufen. Und hier müssen wir einmal ein paar grundsätzliche Dinge klären. Wir beginnen einmal mit dem einfachen Vertriebsgesetzen. Einfaches Vertriebsgesetz heißt, wir brauchen eine bestimmte Anzahl an Touchpoints und zwar immer. Vielleicht hast du das schon mal erlebt, du hast irgendwie Menschen, die du immer wieder triffst, ohne dass was passiert. Also vielleicht morgens in der Bahn oder an unterschiedlichen Punkten und du redest nicht mal mit denen. Und umso häufiger du die siehst, umso sympathischer werden sie dir. Es sei denn natürlich, sie machen irgendwas Blödes. Das heißt, alleine die Tatsache, dass du mit jemandem öfter zu tun hast, sorgt dafür, dass du ihn vertrauenswürdiger und sympathischer findest. Das ist eigentlich verrückt. Und das ist genau das, worauf Vertrieb auch basiert und auch Marketing ein Stück weit basiert. Das heißt, du brauchst eine gewisse Anzahl an Touchpoints, damit jemand ausreichend Vertrauen hat, um mit dir zu arbeiten. Und das Ganze bündelt sich wie in einer Formel mal den Emotionen, die da passieren. Also natürlich brauchst du weniger Touchpoints, wenn die sehr emotional sind und sehr gut. Und dann bündelt sich das Ganze nochmal weiter mal den Bedarf. Also wenn jemand einen Bedarf an deiner Dienstleistung hat, dich sympathisch findet und immer wieder was von dir hört, dann ist das der perfekte Weg, da reinzukommen. Und dann müssen wir nur noch die Kaufverhinderer minimieren. Dazu komme ich später. Freue dich schon mal drauf. Das ist für viele auch ein echter Gamechanger, die Kaufverhinderer zu reduzieren. Und das ist dann dein Vertriebsergebnis. So einfach setzt sich das Ganze zusammen. So, der herkömmliche Vertrieb an dieser Stelle arbeitet sehr häufig mit Druck. Das heißt, irgendwie du oder dein Team, ihr ruft jemanden kalt an, der hat natürlich aktuell kein Interesse an dir, aber er wird überzeugt. Dann fasst du x-mal nach. Dann machst du einen Termin. Dann führst du ein Verkaufsgespräch. Dann erstellst du ein Angebot. Dann musst du wieder nachfassen, weil derjenige will ja, jetzt ist er vielleicht offen, aber will auch vielleicht nicht. Du verhandelst nach, weil jetzt geht es um den Preis. Und dann machst du deinen Umsatz. Und ja, dieser Vertriebsweg funktioniert. Ohne Frage. Also ich will nicht sagen, dass das nicht funktioniert. Funktioniert für zehntausende Unternehmen. Die Frage ist, willst du so arbeiten? Es gibt halt Alternativen. Es gibt halt die Alternative zu sagen, ich drehe diesen Spieß mal um und sorge dafür, dass ich gekauft werde. Meine Empfehlung ist also, geh in Richtung Sog-Marketing und Sog-Vertrieb. Das machst du, indem du erstmal grundsätzlich sichtbar bist. Du musst sichtbar werden, damit du die Anzahl der Touchpoints kriegst. Und zwar über zum Beispiel Anzeigen, über Social Media, über Vorträge, über Bücher, über Messen. Und dann verschenkst du Content und bekommst im Gegenzug die Kontaktdaten. Wichtig, vergiss bitte nicht, dass du auch was bekommst. Weil auch das machen manche Leute. Manche Leute sind draußen und die verschenken Content, verschenken Content, verschenken Content. Und wundern sich, warum sie niemand kauft. Naja, man muss natürlich den Vertriebsfokus schon beibehalten. Also wir dürfen nicht jetzt einfach nur Mutter Teresa machen und alles rausgeben, sondern wir müssen natürlich ein vertriebliches Interesse schon wahren. So, das heißt, du verschenkst Content. Dein Content ist grandios. Du wirst also als Experte wahrgenommen. Übrigens, das Thema Experte, kleine Randnotiz an der Stelle. Expertenstatus wird von außen bestimmt, nicht von innen. Das heißt, wenn viele andere aus deiner Branche der Meinung sind, du bist ein Experte, hat das mit deinem Kunden gar nichts zu tun. Wenn deine Kunden der Meinung sind, du bist der Experte, reicht das völlig aus. Du wirst also zum Experten ernannt von Menschen, die eigentlich keine Ahnung haben. Witziger Fakt, aber ich wollte es mal erzählt haben. So, und jetzt ist entscheidend, dass du auf der Bildfläche bleibst. Weil einmal kurz im Expertenuniversum durchs Bild huschen ist nett, aber es reicht nicht. Sondern Anzahl der Touchpoints, mal Bedarf, mal Emotionen. Du musst jetzt dabei bleiben. Das heißt, jemand sieht dich immer wieder und dann bucht derjenige aus Bedarf heraus bei dir einen Termin. Du führst ein Verkaufsgespräch, das bleibt leicht und hast deinen Umsatz. Man muss aber dazu sagen, dass dieses Verkaufsgespräch, was du hier führst und dieses Verkaufsgespräch, ein grundlegend unterschiedliches ist. Und glaub mir, ich habe beide Verkaufsgespräche zu Genüge geführt. Und ich kann dir sagen, das hier oben, was mit Druck entsteht, ist eins, erzählen Sie mal, was Sie haben. Ja, so das ist eine Einstellung von dem Gegenüber, der sagt, okay, du wolltest doch den Termin mit mir. Jetzt zeig, was du hast und ich entscheide dann. Es ist eine Position, wo du nicht auf Augenhöhe mit dem Kunden bist. Anders ist dieses Verkaufsgespräch. Das Verkaufsgespräch, was jemand bei dir bucht, ist eins, wo jemand etwas von dir will. Das heißt, du bist in dem Hoheitsstatus, nicht der Kunde. Und der Kunde will jetzt etwas von dir wissen und du kannst es ihm erklären und ergeben. Wenn du jetzt nicht arrogant bist an der Stelle, sondern einfach sagst, ich möchte helfen und möchte demjenigen auch eine geile Lösung bieten, dann ist das wie ein Elfmeter ohne Torwart. Das heißt, Sogvertrieb funktioniert ganz grundsätzlich hier durch einen ganz anderen Mechanismus. So, wie können wir diesen Mechanismus, also diesen Content, den du verschenkst, wie muss der eigentlich aussehen? Und jetzt sind wir genau bei dem nächsten Punkt, bei dem Lead-Magneten. Der perfekte Businessbeschleuniger ist ein Lead-Magnet. Um mal ganz kurz zu erklären, für die, die es noch nie gehört haben, was ist ein Lead-Magnet? Lead-Magnet hat unterschiedliche Namen, heißt manchmal Freebie, Opt-in-Geschenk, manche nennen das Affenfaust und so weiter und so fort. Es ist immer das Gleiche. Die Grundidee ist folgende. Du hast eine kostenfreie Kostprobe und diese bestätigt deinen Expertenstatus. Der wahrscheinlich einfachste Lead-Magnet, den wirklich jeder kennt, ist der, der in deinem Supermarkt an der Käsetheke gemacht wird. Käsetheke, eine klitzekleine Kostprobe von einem Stück Käse. Du kostest, der Käse schmeckt, du kaufst den Käse. Hättest du den Käse ohne die Kostprobe gekauft? Nein. So einfach funktioniert das Ganze. Das heißt, weil du einmal kosten durftest, bist du überzeugt. Beim Autohaus funktioniert das mit der Probefahrt. In vielen, vielen, vielen Businesses ist es der völlige Standard, ohne dass wir es als Lead-Magnet bezeichnen. Aber was machen denn die meisten Unternehmen draußen, die jetzt nicht so ein einfaches Business haben, wie ein Autohaus oder eine Käsetheke, wo so offensichtlich ist, was man verkauft? Sondern wo ist es oder wie funktioniert es bei Unternehmen, die halt erklärungsbedürftige Produkte haben, Hochpreis-Coaching-Produkte und so weiter und so fort? Hier wird sehr häufig im Prinzip gesagt, ja, das Konzept ist der Hammer. Glaub es mir einfach. Wir haben ganz viele Kunden, bei denen funktioniert es und jetzt kannst du kaufen. Und das ist natürlich so ein bisschen schwierig für den Kunden zu entscheiden, weil was entscheidet er eigentlich? Und genau das weiß er selber nicht. Und deswegen entscheidet er häufig nicht. Auch hier wieder ganz wichtig, ich sage nicht, dass es gar nicht funktioniert. Ich sage nur, es funktioniert schlecht, also ineffizient. Du wärst massiv viel effizienter, du würdest viel mehr Abschlüsse mit Gespräch führen und du würdest viel mehr Gespräche führen, wenn du es anders machen würdest. Das Ziel von dem Lead-Magneten ist, dass du ein kleines, spezifisches Problem sofort löst und durch diese Lösung von dem kleines, spezifischen Problem, das größere Problem dahinter eigentlich erst mal sichtbar wird. Dein Expertenstatus wird belegt, jemand ist begeistert und hat die Kostprobe und weiß nun, auf was er sich wirklich einlässt. Formate kann man hier so ziemlich alle wählen. Ich habe ein sehr ausführliches Video nur zu dem Thema Lead-Magnet. Das werde ich dir jetzt einfach mal hier oben mit verlinken. Wenn dich das Thema noch tiefer interessiert, steig in dieses Video ein und dann kriegst du dort alle Insights. Die vier Fragen, die du dir allerdings immer stellen musst, die möchte ich jetzt trotzdem einmal durchgehen. Und es funktioniert extrem einfach, wenn du dir als Idee einmal folgendes Szenario vorstellst. Du besitzt eine Eisdiele. Eisdiele funktioniert natürlich im Sommer besonders gut. Und stell dir vor, du hast jetzt diese Eisdiele und du möchtest einen perfekten Lead-Magneten generieren. Also das Ganze in der Offline-Welt. So, hier gibt es folgende vier Fragen. Frage Nummer eins, die ich dir jetzt stelle. Was bietest du als Lead-Magnet an? Ein Eis oder ein italienisches Wörterbuch? Da wirst du jetzt natürlich, es klingt ja fast wie eine rhetorische Frage, ja natürlich würdest du Eis als Lead-Magnet anbieten. Ja, warum sage ich das? Ganz einfach, weil die meisten, die Lead-Magneten haben, die haben Lead-Magneten, die sind halt nicht nah genug am Produkt dran. Das Learning ist also, dein Lead-Magnet muss nah am Produkt dran sein. Also, es gibt Leute, die machen so Sachen wie, ich habe zwar ein Coaching-Produkt, aber trag dich doch hier ein für die Persönlichkeitsanalyse. Okay. Jetzt kann man natürlich sagen, eine Persönlichkeitsanalyse ist jetzt nicht so irre weit weg, aber ganz ehrlich, ein italienisches Wörterbuch ist jetzt auch nicht so weit weg. So, was sagt mir die Persönlichkeitsanalyse? Die Persönlichkeitsanalyse, also der Bedarf, den ich habe, wenn ich die Persönlichkeitsanalyse mache, heißt, ich will mehr über mich wissen. Will ich deswegen Coaching buchen? Nicht wirklich. Werde ich mich eintragen? Ja. Werde ich Kunde? Nein. Und genau das ist das Problem. Das heißt, auch hier wirst du Leads generieren, auf jeden Fall. Also, es ist nicht so, dass du keine Leads generierst, nur die werden nicht Kunde. Und das ist das, was viele falsch machen. Du brauchst also einen Lead-Magnet, der ganz nah an deinem Produkt ist. Wenn du also später einen Videokurs verkaufst, mach doch bitte vorher auch ein Video, wo du so nah wie möglich am Produkt dran bist und an dem Thema dran bist. Frage Nummer zwei. Wenn du ein Italien... Also, du hast jetzt diese Eisdiele, ne? Und du machst hier italienisches, hochwertiges Eis. Nimmst du ein Eis aus deiner Vitrine, also ein italienisches, hochwertiges Eis? Oder nimmst du lieber einen der zeitlosen Klassiker von Langnese zum Beispiel? Auch hier wirst du natürlich sofort sagen, ja, warum soll ich denn die Langnese-Eis machen? Die kennt jeder. Das ist doch voll langweilig. Ich meine, die sind okay oder gut. Aber mein Eis ist ja sehr gut. Dann werde ich doch mein Eis rausgeben. Stimmt. Und genau das ist das Learning dahinter. Weil, was machen viele in ihrem Lead-Magneten? Viele machen so langweilige Lead-Magneten, die im Prinzip inhaltlich sowas sind wie, ja, fünf Tipps, wie du in Zukunft immer schlagfertig bist. So, und diese fünf Tipps sind völlig belanglos. So, und wenn du es genau so machst, also die sind vielleicht richtig, aber die sind nicht neu, die sind nicht exklusiv, die sind nichts Besonderes für mich. Wenn du es so machst, dann wird das Ganze ziemlich langweilig. Das heißt, wenn ich den Inhalt aus deinem Lead-Magneten ergoogeln kann oder in ChatGPT einmal die Frage stelle und das Gleiche oder vielleicht im schlimmsten Fall sogar noch ein besseres Ergebnis kriege, hast du verloren. Dein Inhalt soll also dein bester Content sein und der bitte exklusiv. Also bitte gib etwas raus, was derjenige so noch nicht gesehen hat und was er einfach richtig geil findet. Weil die nächsten fünf Tipps, die ich mir ergoogeln kann, die nächsten 20 Rezepte, die ich mir ergoogeln kann oder, weiß ich, eine einfache Übersicht, wo ich auch zigtausend YouTube-Tutorials drüber finde, das catcht mich nicht genug. Ich will ein Erlebnis. Das Erlebnis ist halt nicht das Langnese-Eis. Guter Standard. Das Erlebnis ist das italienische Eis. Frage Nummer drei. Welchen Umfang gibst du bei deinem Lead-Magneten raus? Wenn wir uns die Eisdiele vorstellen, ist es offensichtlich, dass du dem Interessenten kein Zwölf-Kugel-Becher-Eis geben wirst, sondern diesen kleinen grünen Kostelöffel mit ein bisschen Eis. Hier ist es offensichtlich. Aber schau dir doch mal bitte die Lead-Magneten an, die es so im Markt gibt. Lade dir jetzt mein 76-seitiges PDF runter. Ich denke, Alter, 76 Seiten. Also das ist ein Commitment von mir, das zu lesen. Da brauche ich ja irgendwie schon mal eine gute Stunde, anderthalb Stunden für, je nachdem, wie schwer der Content ist, um das zu konsumieren. Das ist ja nicht mehr leicht. Das ist ja nicht mehr eine Kostprobe. Das ist ja irgendwie, warum? Oder wir schalten dir unseren Videokurs frei. Dieser Videokurs umfasst zwölf Module und in vier Stunden hast du alles geschaut. Ich denke, es ist kein Lead-Magnet. Sorry for that. Also wenn ich wenig Zeit habe und deine Kunden wenig Zeit haben, weil du Führungskräfte hast oder Geschäftsführer als Zielkunden zum Beispiel, dann ist das einfach kein Lead-Magnet. Dann geht das Ding voll nach hinten los. Was passiert, wenn ich zu viel Content konsumiere? Was passiert, wenn ich zu viel Eis esse? Ich habe keinen Hunger mehr auf ein anderes Eis. Same, same. Das heißt, zu viel schadet dem Ergebnis. Du solltest also wirklich eine Kostprobe rausgeben. Es soll aber nicht so lächerlich sein, dass ich nichts schmecke. Also es geht jetzt nicht darum, ein Mikrogramm Eis zu machen. Es geht darum, dass du einfach einen geilen Content lieferst und es muss nicht viel sein. Es muss nur richtig gut sein. Exklusiv. Richtig gut. Richtig geil. Und die Frage ist auch, wird das Problem gelöst? Also die Frage ist, macht das Eis? Das Problem ist übrigens, jetzt hier bei dem Eis, dass ich nicht weiß, wie es schmeckt. Das ist das Problem. Das dahinterliegende Problem, ich will ein Eis, weil ich habe echt Appetit und vielleicht sogar ein bisschen Hunger, das soll gelöst werden. Was soll das Eis nicht machen? Es soll mich nicht satt machen. Das ist ja das Problem dahinter. Oder auch mein Appetit nicht stillen. Auch das ist das Problem dahinter. Das heißt, dein Leibmagnet löst das erste Problem, aber nicht das zweite. Das zweite willst du ja verkaufen. Macht ja auch Sinn. Das heißt, löse nicht den Hunger, sondern die Neugier nach dem Geschmack. Löse ein kleines, spezifisches Problem, wie schmeckt das Eis, sofort. Aber löse das bitte auch richtig. Also nicht so, auch das nur halbherzig. Ein Problem richtig lösen und zwar ein kleines. So, dann haben wir das Thema Leibmagnet oder die vier Fragen geklärt. Stell dir also einfach diese vier Fragen immer, wenn du deinen Leibmagneten mal selber anschaust, dann wirst du immer einen guten Leibmagneten generieren. Wie muss man eigentlich den Interessenten, nachdem er sich eingetragen hat, bearbeiten? Also, jetzt haben wir den neuen Leib generiert und der ist auch richtig heiß. Der hat geilen Content bekommen und dem können wir jetzt etwas verkaufen. Was sind genau die Schritte, die wir jetzt machen müssen, damit dieser Lead etwas bei dir kauft. Was soll also nach der Eintragung passieren? Und hier gibt es vier Schritte, nicht mehr, nicht weniger, wenn wir das Ganze nach Pareto betrachten. Natürlich können wir dieses Ding aufblähen ohne Ende. Wir können jetzt hier mit hochgradig komplexen Webinarfunnels arbeiten, allem Möglichen. Und ich bin Fan davon, Dinge erstmal ganz einfach zu machen. Weil wenn sie einfach nicht funktionieren, funktionieren sie komplex erst recht nicht. Mach erstmal Dinge ganz einfach. Und ganz einfach bedeutet hier, erstens, nach der Eintragung, Überraschung, gibst du einen Bonus raus. Du fängst nicht an, sofort zu verkaufen. Jemand trägt sich ein, bekommt ein Geschenk und bekommt jetzt einen Bonus zum Geschenk. Das sorgt nämlich für einen stärkeren Wow-Effekt. Die Leute sind also begeistert und sagen, wow, ich habe jetzt noch mehr bekommen, als ich eigentlich schon erwartet habe. Echt geil. Jetzt ist der gute Zeitpunkt, um zu verkaufen. Und du solltest jetzt einmal richtig verkaufen. Das heißt, nicht noch mehr Content. Reicht aus. Lead-Magnet, Bonus, perfekt. Jetzt machst du bitte eine Sales-Mail-Serie. Warum E-Mail-Marketing? Das werde ich dir auch noch erklären. Das hat einen Grund. Und du wirst vielleicht, wenn du diesen Grund einmal kennst, wirst du ganz viele Dinge aus einem ganz anderen Blickwinkel betrachten. Kommen wir später zu. Du startest also mit einer drei- bis fünfteiligen Sales-Mail-Serie und pitchst direkt auf dein Produkt oder wenn du es nicht direkt verkaufen kannst, weil es ein erklärungsbedürftiges Produkt ist, dann pitchst du direkt auf das Strategiegespräch, Erstgespräch, Beratungsgespräch und so weiter. Wenn du möglich, die Möglichkeit hast, solltest du dann über dein Tele-Sales-Team anrufen. Wenn du kein Tele-Sales-Team hast, gibt es auch eine Lösung. Dazu komme ich auch später. Und das Ganze passiert innerhalb der ersten zehn bis zwölf Tage. Hier generierst du sofort die ersten Kunden. Warum eigentlich? Nun, weißt du, es ist wie bei der Eisdiele. Wenn ich dir einen Kosterlöffel gebe, nimmst du den nur aus einem einzigen Grund. Du bist neugierig und wahrscheinlich hast du auch ein bisschen Appetit. Es gibt also einen Bedarf. Angenommen, du bist Veganer und ich komme mit einem Eis, was nicht vegan ist. Wirst du es kosten? Nein. Angenommen, du hast gerade, stell dir vor, du hast so dein fettes Weihnachtsessen gerade gegessen und denkst, wenn ich jetzt nur noch eine einzige Erbse esse, explodiere ich. Und jetzt komme ich mit dem Eislöffel. Würdest du es essen? Nein. Das heißt, die Tatsache, dass du mit dem Eislöffel, den Kosterlöffel abnimmst, die Tatsache, dass du den Liedmagneten haben willst, heißt, du hast Bedarf. Das ist der Grund. Wenn jetzt der Liedmagnet gut ist, wird das Bedürfnis dahinter immer stärker und dann wirst du auch bereit sein, etwas zu kaufen. Aus Langeweile lädt sich niemand einen Liedmagneten runter. Und auch wenn er satt ist und keinen Bedarf hat, macht man es auch nicht. Das heißt, nur wenn dieses Thema für dich interessant ist, dann wirst du es machen und genau deswegen kriegen wir auch innerhalb der ersten 10 bis 12 Tage sofort Abschlüsse. Was hier realistische Zahlen sind, werde ich dir auch später in diesem Video noch erklären. Step Nummer 3, das heißt, du kriegst hier sofort Abschlüsse und dann bleibt natürlich eine große Masse übrig, die noch nicht konvertiert ist. Diese große Masse kriegt erstmal eine Pause, weil du hast jetzt ein Angebot gemacht und die Menschen haben nicht akzeptiert, was ja in Ordnung ist. Ihr hast hier gutes Recht und jetzt lässt du erstmal eine kurze Pause. Jetzt, nach der Pause, starten wir mit einer P-Fact-Kampagnenlogik. Was ist die P-Fact-Kampagnenlogik? Das ist etwas, was wir perfektioniert haben. Ich kann dir auch gerne hier mal ein Video verlinken, wo ich diese P-Fact-Kampagne im Detail erkläre. Was steckt da eigentlich hinter. Es ist ein sensationelles Format und das Ganze machst du einfach für die nächsten 12 bis 18 Monate. Ich habe mich nicht verschrieben. 12 bis 18 Monate. Warum? Weil einfach die Menschen, die noch nichts abgeschlossen haben, die haben jetzt noch irgendetwas, was ihnen fehlt. Meistens ist es das Thema Vertrauen oder du hast das Problem, was jetzt dahinter aufgezeigt wurde durch den Lead-Magneten, ist noch nicht genau das Problem, was sie haben. Das heißt, du musst jetzt immer wieder ein neues Problem liefern, was du auch löst. Und genau das macht diese P-Fact-Kampagnen-Logik. Im Kern geht es darum, dass jeder, jeden Monat, deine Leads so eine E-Mail-Serie durchlaufen, immer zu einem konkreten Problem und bekommen hierfür einen Lösungsansatz. Und dann telefonierst du oder eine Telefon-KI, die Leads-Up, die mit dem Content interagiert haben. Und so generierst du viel mehr Abschlüsse dann auch im nächsten Step. Das ist Sogvertrieb. So, das heißt, wir haben jetzt einmal geklärt, wie kommen Leute in deine Datenbank, was passiert im Nachgang und wie sieht das Ganze aus? Dann ist natürlich wichtig, dass wenn du den Interessenten ein Angebot machst, dass das ein Angebot ist, was auch richtig geil ist. Warum sage ich das eigentlich? Weil die meisten Unternehmen, sind wir mal ganz ehrlich, machen einfach scheiß Angebote. Also, wenn ich jetzt eine Marketingagentur zum Beispiel habe und ich sage dir, ja, pass auf, wir können für dich Folgendes machen. Wir vermuten mal, dass es klappt. Hat schon mal bei anderen Kunden geklappt. Und ja, wir haben jetzt auch keine Referenzen und keine Bewertungen, aber ich will auf jeden Fall viel Geld dafür haben. Und eine richtige Ausbildung habe ich sowieso nicht. Aber ich habe auch keine Lust, jetzt das Risiko irgendwie zu teilen. Also, ich will sofort das Geld haben und dann leiste ich und dann wirst du sehen, was dabei rauskommt. Das ist das, was die meisten machen. Das heißt, die meisten machen Angebote, die sind irgendwie voll unattraktiv. Aber da es alle so machen, funktioniert es so lala. Also, warum so lala? Ja, weil es gibt Angebote, die sind so exorbitant viel attraktiver als andere, dass du es annimmst. Ich mache dir mal ein Beispiel. Stell dir vor, du sitzt heute Abend bei dir daheim auf der Couch und hast Hunger und es lüstet dir nach einer Pizza. Warum auch immer. Mach mal das Beispiel. Du hast also heute richtigen Pizza-Hunger. So, jetzt gehst du ins Internet, Überraschung, und du findest zwei Optionen. Option 1 ist der Italiener, der bei dir im Ort ist und der Italiener sagt, du kannst übrigens bei uns auch eine Pizza bestellen und abholen. Machen die. Und das Zweite ist ein Pizza-Bäcker, der dir folgendes Angebot macht. Ich liefere dir die Pizza, die du bestellst, innerhalb von nur 20 Minuten heiß, saftig und lecker oder sie ist gratis. Bei wem bestellst du? Beide liefern Pizza und ich könnte jetzt sogar sagen, dass der Lieferant vielleicht sogar 20, 30, 40 Prozent teurer ist und du wirst trotzdem zu dem gehen. Warum? Du hast gerade richtig Hunger. Du wirst sicherstellen, dass es schnell geht. Deswegen 20 Minuten trifft genau dein Pain. Du willst sie auf jeden Fall heiß haben, weil 20 Minuten eine kalte Pizza ist auch langweilig. Bei dem Italiener musst du fahren und du musst sie abholen. Du musst dich bewegen. Ist auch schon wieder nervig und die Garantie macht das Ganze irgendwie so attraktiv, dass du sagst, was passiert, wenn die später kommen, dann kriegst du sogar kostenfrei. Das heißt, es gibt hier einen viel höheren wahrgenommenen Wert und das ist die Formel, die dahinter steht. Es gibt nämlich eine Formel für perfekte Angebote. Wenn du diese Formel berücksichtigst, wirst du in Zukunft von ganz alleine auf Sog-Marketing und Sog-Vertrieb umsteigen. Und dann ist es so einfach, eine Neukunden-Pipeline aufzubauen, die für dich immer wieder neue Kunden liefert, weil du gar keinen Aufwand damit hast. Es ist ein energetisches nicht gegeneinander, miteinander. Die Formel lautet Erfolgs-Wahrscheinlichkeit. Also mit welcher Wahrscheinlichkeit habe ich Erfolg mit dem, was du mir anbietest? Erfolgs-Wahrscheinlichkeit. Mal wahrgenommener Wert. Was erlebt dein Kunde? Was nimmt er an Wert wahr? Hier ist es natürlich der wahrgenommene Wert, nicht der tatsächliche. Also der wahrgenommene Wert steigt ja auch, wenn ich dir jetzt Dinge gebe, die für dich relevant sind, die mich aber gar nichts kosten, steigt ja trotzdem dein Wert. Oder ich kann mir einen riesen Aufwand machen, der für mich wahnsinnig viel kostet, der für dich aber gar nicht wichtig ist. Dann steigt zwar der faktische Wert, aber nicht der wahrgenommene. Es geht also um den wahrgenommenen Wert. Also Erfolgs-Wahrscheinlichkeit mal wahrgenommenen Wert durch den Aufwand, den der Kunde hat, Thema Pizza abholen und Dauer bis zum Ergebnis. Mal Dauer bis zum Ergebnis. Thema in 20 Minuten ist die Pizza bei dir. So, was machen wir jetzt aus der Formel? Die Formel ist grundsätzlich erstmal schon mal aufschlussreich und das bedeutet als Fazit. Wir haben jetzt vier Themen und zwar, wir wollen als allererstes die Erfolgs-Wahrscheinlichkeit für deine Kunden, was sie wahrnehmen, steigern. Wir wollen also diesen Faktor hier steigern. Umso höher dieser Faktor ist, umso besser geht diese ganze Gleichung auf. Wie steigern wir den? Zum Beispiel durch viele Bewertungen, durch viele Fallstudien, die du hast, durch Garantien, die du gibst. Übrigens, eine Garantie muss nicht sofort eine Zufriedenheitsgarantie, Geld-Zurück-Garantie etc. sein. Es gibt ganz andere Garantien, die du aussprechen kannst, die auch völlig seriös sind und die völlig problemlos sind und es geht hier um eine Risikoteilung. Also die Frage ist doch, was kann ich dir an Risiko abnehmen, dass für dich die Erfolgswahrscheinlichkeit einfach attraktiver wird? Lass uns beide ein Stück weit ins Risiko gehen, nicht nur der Kunde, sondern beide und dann teilen wir uns das Ganze und haben damit eine bessere Zusammenarbeit. So, jetzt kannst du den wahrgenommenen Wert für den Kunden steigern. Das heißt, wenn wir hier zum Beispiel schon mal sagen, wir kriegen es hin, die Erfolgswahrscheinlichkeit für den Kunden nur gefühlt um 10 oder 20 Prozent zu steigern mal wahrgenommenen Wert, den wir auch um 10 oder 20 Prozent steigern, multipliziert sich das Ganze ja. Das heißt, wir kriegen eine exorbitante Steigerung. Wie steigern wir das? Auch hier wieder durch Bewertungen, durch Fallstudien und biete auch Lösungen für Probleme an, die der Kunde vor und nach deiner Leistung hat. Also auch hier zum Beispiel der Italiener, der keine Lieferung anbietet, ist er vor dem Konsum der Pizza, ist das das Problem? Ich habe keine Pizza da und ich muss fahren. Der Pizzalieferant hat gesagt, ich liefere sie dir oder der zweite Italiener, ich liefere sie dir. Damit hat er eine Lösung geschaffen für ein Problem, was vor dem Konsum ist, nämlich die Frage, wie komme ich denn da hin? und liefere idealerweise auch Probleme nach deiner Lösung, nach deiner Leistung. Dann schaffst du es, den wahrgenommenen Wert einfach massiv zu steigern. Heißt, ich könnte jetzt zum Beispiel sagen, wir machen jetzt nur E-Mail-Marketing, wäre eine Sache, wenn ich jetzt sage, wir machen E-Mail-Marketing, wir helfen dir aber auch vorne die Leads zu generieren und wir helfen dir auch hinten im Vertrieb, das Ganze richtig auf die Straße zu bringen, dann habe ich Themen vor und nach meiner Leistung, die einfach für dich den Wert steigern. Senke den Aufwand, auch hier siehst du, das ist die Gleichung, das heißt, die beiden unteren Faktoren müssen wir senken, die beiden oberen steigern, senke den Aufwand für deinen Kunden. Auch hier die Frage, was kannst du übernehmen, was dein Kunde eigentlich gar nicht machen muss? Also, was kannst du machen, um ihm das einfach einfacher zu machen? Was kannst du weglassen, ohne dass es stört? Also auch hier bin ich Fan vom Reduzieren. Wie kannst du die Zahlen, die Zeiten reduzieren? Zum Beispiel in Meetings, also wenn du jetzt sagst, lieber Kunde, wir haben einmal im Monat ein Meeting, einfache Frage, dauert das Meeting eine Stunde, eine Dreiviertelstunde oder eine halbe Stunde oder nur eine Viertelstunde? Und mein Tipp an dich ist, mach doch einfach mal eine Viertelstunde kürzer und schau mal, was passiert. Wir haben bei uns, da hatten wir jahrelang immer eine Stunde Meeting mit unseren Kunden und dann haben wir einfach entschieden, ey, das ist, wir könnten es höchstwahrscheinlich auch in einer Dreiviertelstunde schaffen und dann haben wir es einfach reduziert auf eine Dreiviertelstunde und weißt du was? Nichts ändert sich. Wir kriegen trotzdem alles hin. Wir kriegen alles besprochen, was wichtig ist. Wir haben einfach uns, aber auch dem Kunden Aufwand reduziert und das ist extrem wichtig. Reduziere immer wieder den Aufwand für den Kunden und du kannst natürlich auch deinen Content bei bestimmten Online-Kursen, die man zum Beispiel hat, verdichten. Also ich habe immer wieder Online-Kurse, die ich ja auch kaufe und buche und natürlich mache ich auch Weiterbildung und so weiter. Aber die Frage ist doch, wenn man sich jetzt so einen Kurs anguckt und du denkst, das wurde jetzt schon zum sechsten Mal gesagt, zum siebten Mal gesagt und du kannst es irgendwann nicht mehr hören, ist das halt scheiße und du kannst manchmal solchen Content einfach verdichten. Gucke also, wie kriegst du Dinge schneller auf den Punkt oder gib zumindest dem Kunden die Möglichkeit, es schneller zu konsumieren, indem er Videos schneller laufen lässt, zum Beispiel. Und senke die Dauer bis zum Ergebnis. Also wie kriegst du es hin, dass der Kunde schneller zu Ergebnissen kommt? Das kannst du grundsätzlich machen. Denk immer an Pareto. Also was sind die 20% Impact, die 80% Output bringen? Also wie kannst du dich mehr an die Pareto-Kurve halten? Und um schneller Ergebnisse zu generieren, kannst du natürlich Vorlagen nutzen, Templates nutzen, KI nutzen. Mache lieber dein Produkt kleiner, aber runder im Prozess. Also ein entscheidender Faktor bei uns zum Beispiel ist es, dass wir halt nicht Full-Service anbieten. Das mache ich aus ganz vielen Gründen, biete ich kein Full-Service an, weil es einfach hirnrissig ist. Also wenn ich jetzt einen Full-Service anbieten würde, ich würde also sagen, wir machen deine Webseite, wir machen deine Facebook-Ads, wir machen deine Google-Ads, wir machen SEO, wir machen E-Mail-Marketing, wir machen x andere Dinge auch noch. Ja, erstmal brauche ich den Content, ich brauche das Know-how, ich muss die Mitarbeiter schulen, ich brauche zigfach an Schulungsvideos, zigfach mehr an Vorlagen, zigfach mehr an Checklisten. Ich muss auf allen Kanälen aktiv bleiben, ich muss schauen, dass überall die Ergebnisse, es ist völliger Irrsinn, es ist unmöglich, überall gut zu sein. Du kannst, wenn du ganz viel Themen anbietest, nicht mal gut sein, sondern mittelmäßig, überhaupt, wenn überhaupt. Biete wenig an und mach es exzellent, mach es besser als alle anderen. Sorg dafür, dass deine Ergebnisse herausragend sind und mach aber den Frame kleiner, in dem du arbeitest. So kriegst du es schneller hin, Ergebnisse zu generieren, mit weniger Aufwand. Weißt du, wenn wir eine E-Mail-Kampagne für einen Kunden machen, ist das für uns sehr wenig Aufwand, weil wir ganz genau wissen, welche Templates, welche Frameworks, wie machen wir das. Das muss sich niemandem erklären, wir machen das, wir können damit loslegen. Der Kunde hat minimalen Aufwand damit. Einfach deswegen, weil wir aber dieses Framework perfektioniert haben und halt nicht noch 10.000 Themen nebenher machen. Das ist der Weg zu super geilen Angeboten, die so attraktiv sind, dass dein Kunde sie eigentlich gar nicht ablehnen kann. Also, steigere hier die Attraktivität deines Angebots. Ich habe dir gesagt, es gibt ein paar fatale Marketing-Denkfehler, die dich 20 bis 30 Prozent deines Umsatzes kosten und ich habe vorhin auch schon hingewiesen darauf, dass wir das Thema E-Mail-Marketing immer noch machen und genau da möchte ich jetzt einmal darauf einsteigen. Warum und wem? Und das Problem ist, dass fast alle Unternehmer hier Äpfel mit Birnen vergleichen. Ich mache dir mal ein Beispiel. Die meisten sagen, was soll ich denn jetzt machen, um Kunden zu generieren oder nicht? Das ist eigentlich schon eine falsche Frage, aber ich möchte trotzdem mal auflösen, was so die meisten Gedankengänge sind und vielleicht ertappst du dich hier auch bei dem einen oder anderen. Die meisten sagen, naja, soll ich jetzt Facebook machen, Instagram, LinkedIn, YouTube, Suchmaschinenoptimierung, Suchmaschinenoptimierung, E-Mail-Marketing, soll ich ein Vertriebsteam aufbauen, was soll ich denn machen? Und das ist schon die komplett falsche Frage, weil hier vergleichst du halt Äpfel mit Birnen. Das heißt, wichtig ist hier zu verstehen, E-Mail-Marketing zum Beispiel ist kein Traffic-Kanal. Du generierst mit E-Mail-Marketing kein Traffic. Jetzt könnte man natürlich sagen, ja klar, die Leute kommen auf deine Webseite, ja, du generierst ein bisschen Traffic, aber es ist kein Traffic-Kanal. Es ist also kein Ersatz für Facebook, Instagram, TikTok, YouTube oder Suchmaschinenoptimierung oder Suchmaschinenwerbung. Es ist kein Ersatz für Vertrieb. E-Mail-Marketing ist ein komplett eigenständiges Thema, was du nicht, wo du nicht sagst, ich mache jetzt Facebook oder E-Mail-Marketing. Das ist eine völlig sinnfreie Frage. Oder ich mache School oder E-Mail-Marketing. Völlig sinnfreie Frage. Es ist der falsche Ansatz. Das heißt, du brauchst einen Traffic-Kanal, du brauchst die Möglichkeit, mit den Menschen im Kontakt zu bleiben und du brauchst die Conversion. Das sind die Elemente, die du brauchst. E-Mail-Marketing ist also kein Ersatz, es ist ein Vertriebswerkzeug. Und genau das ist wichtig zu verstehen. Dein Telesales-Team, dein Vertriebs-Team sorgt am Ende für Abschlüsse. Und die Frage ist, funktioniert es nicht nur mit Telesales-Team? Ja, funktioniert auch. Aber es ist viel ineffizienter. Wenn du also nur Telesales-Team hast und nur ein Vertriebs-Team und kein E-Mail-Marketing, geht auch. Du wirst aber merken, dass dein Vertriebs-Team irgendwann sagt, ah, Chef, wir haben keine Leads mehr. Oder, Chef, wir haben nur noch alte Leads, die tauchen nix. Das liegt daran, weil du halt nicht die Verbindung aufbaust, die Anzahl der Touchpoints herstellst, hatten wir ganz am Anfang, die Anzahl der Touchpoints herstellst, die du brauchst, dass Menschen dein Angebot ausreichend attraktiv finden und sagen, jetzt möchte ich mit dir gerne ins Geschäft kommen. Das heißt, die Lücke, die hier entsteht, ist das Problem, Menschen sind nicht ausreichend kaufbereit, deswegen hast du mehr Aufwand im Vertrieb. Es ist also auch hier wieder kein Entweder-Oder. Es ist kein Ersatz für etwas, sondern perfekt ist, du hast einen, einen Traffic-Kanal, der richtig läuft. Warum ein Traffic-Kanal? Ein Traffic-Kanal erst mal zu meistern, ist eine Herausforderung. Sorg also dafür, dass du einen Traffic-Kanal richtig kannst. Was bedeutet können? Ich mache dir ein Beispiel. Stell dir vor, du sagst, naja, ich mache jetzt LinkedIn und ich mache Instagram. So, weil ich will ja sichtbar werden und vielleicht mache ich auch noch ein bisschen, ich schreibe einen Blog für Suchmaschinenoptimierung. So, jetzt hast du folgendes Problem. Der Blog, kann man ja an sich darüber streiten, ob der noch zeitgemäß ist, aber sagen wir mal, der Blog, du musst jetzt hier, um einen Blog zu machen, der funktioniert, brauchst du das Wissen, wie funktioniert On-Page-SEO, weil nur wenn deine Seite On-Page-optimiert ist, kann der Blog überhaupt funktionieren. Da sind Sachen drin, wie Seitenladegeschwindigkeit, mit wie viel W3C-Fehler hat deine Seite, sind die Headlines optimiert, ist der Seitentitel ideal, hast du CSS-Dateien zusammengefasst und so weiter und so fort. Das heißt, da geht es echt in die Technik. Der zweite Part ist beim Blog, wie machst du denn den Blog? Du musst vorher eine Keyword-Analyse machen, idealerweise eine Long-Term-Keyword-Analyse, dann fängst du an für diese Long-Term-Keywords und für die Fragen, die viele stellen, da gibt es auch spezielle Tools, um die zu ermitteln, schreibst du Artikel, du schreibst sie also nicht nach besten Ideen, sondern nach dem, was Leute suchen und dann musst du SEO-Text generieren, auch das muss man lernen, wie schreibt man eigentlich SEO-Text? So, das heißt, alleine das Thema Blog ist nicht ganz einfach, sondern es gibt ganz viele Blogs, die generieren niemals ein Lead, weil es ganz viele Leute falsch machen. So, jetzt können wir noch sagen, okay, Instagram und LinkedIn, sind auch beide Social-Media-Plattformen. Ja, schon, gewissermaßen, allerdings funktionieren beide komplett unterschiedlich. Also, bei LinkedIn ist der perfekte Weg, um bei LinkedIn zum Beispiel Leads zu generieren, heißt, du hast einmal Posts, du hast Outreach, du bist also mit Menschen im 1-zu-1-Gespräch und du kommentierst andere Posts. Das heißt, bei LinkedIn ist es kriegsentscheidend, wirklich diese Plattform in der Gänze zu nutzen. Und wenn du jetzt sagst, nee, ich nehme die Zeit vom Kommentieren für LinkedIn, die nehme ich weg und mache dafür ein bisschen Instagram, kann ich dir sagen, beides wird scheitern. Das ist der Punkt. Du musst also es schaffen, ein Brennglas auf einen Traffic-Kanal zu richten, den richtig zu verstehen, wie er funktioniert, weil dieses Thema kommentieren zum Beispiel ist eine Sache, die ist bei LinkedIn so, die ist bei Instagram aber nicht so. Das heißt, die Plattformen funktionieren unterschiedlich. Du kannst sowieso nicht den gleichen Content auf beiden Plattformen bringen, da sind wir uns, glaube ich, sofort einig. Das heißt, unterschiedlicher Content, unterschiedlicher Algorithmus, unterschiedliche Dinge, die noch getan werden müssen. Also meine Empfehlung, meistere einen Kanal, sorg dafür, dass ein Kanal richtig geil läuft und dann fangen neue Kanäle an, aber erst mal einen. So, dann hast du den einen Traffic-Kanal, der funktioniert und dann musst du mit dem Kontakt, mit dem Lead, mit dem Interessenten im Gespräch bleiben und das kannst du über wenige Wege machen. Du kannst es über Messenger machen, über Telegram, über WhatsApp, über SMS, über Chatbot, nicht wirklich, aber über E-Mail-Marketing. So, warum E-Mail-Marketing? Das habe ich dir in einem anderen, ausführlichen Video einmal erklärt und dir auch die Vor- und Nachteile und auch die Tools und wann musst du was, wie benutzen, verlinke ich dir an der Stelle hier auch gerne nochmal. Da kannst du diese ganzen Insights rauskriegen, warum will ich jetzt gar nicht weiter darauf eingehen. Das Problem ist, wenn du also wenn du keinen Tele-Sales-Team hast, also wenn du jetzt sagst, okay, ich habe jetzt zwar E-Mail-Marketing und ich habe auch einen Traffic-Kanal, aber ich habe jetzt kein Tele-Sales-Team und ich weiß auch gar nicht, wie ich das aufbaue. Auch dafür gibt es Lösungen. Es gibt zum Beispiel Coaching-Pakete, die dich dann dabei begleiten, so einen Kanal aufzubauen. Sowas haben wir auch bei uns und unseren Kunden mit drin, das heißt, die helfen dir, wirklich ein Tele-Sales-Team aufzubauen. Es gibt externe Dienstleister, die kannst du natürlich engagieren, die für dich telefonieren. Das ist tatsächlich meine wenigste Empfehlung, weil das in der Praxis am häufigsten nicht funktioniert. Und es gibt die Möglichkeit, mit künstlicher Intelligenz zu telefonieren. Was? Ja, künstliche Intelligenz kann mittlerweile für dich Telefonate machen. Wenn du nicht glaubst, schau mal hier rein. Schönen guten Tag, René Czoppe hier. Hallo René, ich bin Tobias von der YouTube. Darf ich mich kurz vorstellen? Ja, um was geht es denn? Super, danke. Also ich helfe Unternehmen dabei, YouTube für ihre Kundengewinnung zu nutzen. Hast du schon mal darüber nachgedacht, wie viel Potenzial YouTube für dein Geschäft haben könnte? Nee, ehrlich gesagt nicht. Ist das, weiß ich nicht, ist das für mich jetzt auch nicht wirklich interessant. Ah, verstehe. Was genau macht es für dich uninteressant? Vielleicht kann ich dir ein paar Infos geben, die dir helfen könnten, das Potenzial zu erkennen. Na, ich habe noch gar keinen YouTube-Kanal. Das ist kein Problem. Viele unserer Kunden haben ohne einen Kanal angefangen. Ich meine, wir helfen dir dabei, einen aufzubauen und ihn richtig zu nutzen. Hast du schon mal darüber nachgedacht, was für Inhalte du teilen könntest? Nee, ich glaube, bei YouTube sind doch eh nur Kids unterwegs und machen Katzenvideos, oder? Haha, das stimmt. Katzenvideos sind ein Hit, aber YouTube ist viel mehr als das. Es gibt riesige Zielgruppen für alle möglichen Themen von Business über Fitness bis hin zu DIY. Tatsächlich nutzen viele Unternehmen YouTube, um ihre Expertise zu zeigen und neue Kunden zu gewinnen. Hast du vielleicht ein bestimmtes Thema oder eine Branche, die dich interessiert? Naja, die Frage ist, also wie viel Kunden kann man denn über YouTube gewinnen? Also funktioniert das auch für uns? Wir sind eine Agentur für Marketingautomatisierung. Absolut. Marketingautomatisierung ist ein heißes Thema und viele Unternehmen suchen nach Lösungen. Mit YouTube kannst du wertvolle Inhalte erstellen, die potenzielle Kunden anziehen. Zum Beispiel Tutorials, Fallstudien oder Webinare. Einige unserer Kunden haben durch YouTube ihre Reichweite verdoppelt und neue Kunden gewonnen. Ich meine, das ist eine großartige Möglichkeit, sich als Experte zu positionieren. Denkst du, das könnte für eure Agentur interessant sein? Ja. Was kostet sowas? Das hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie zum Beispiel dem Umfang der Unterstützung, die du benötigst. Und wir bieten verschiedene Pakete an, die auf die Bedürfnisse unserer Kunden zugeschnitten sind. Aber bevor wir über Preise sprechen, wäre es vielleicht sinnvoll, einen kurzen Termin zu vereinbaren, um deine spezifischen Ziele und Anforderungen zu besprechen. Wie klingt das für dich? Ja, wie lange dauert dieser erste Termin? Der erste Termin dauert in der Regel etwa 30 Minuten. Das gibt uns genug Zeit, um deine Ziele zu besprechen und zu schauen, wie wir dir am besten helfen können. Wann würde es dir passen? Na ja, was hältst du von morgen? 14 Uhr. Einen Moment. Perfekt, René. Ich habe den Termin für morgen um 14 Uhr für dich gebucht. Ich freue mich darauf, mit dir zu sprechen und mehr über eure Agentur zu erfahren. Wenn du vorher noch Fragen hast, lass es mich wissen. Bis morgen. Alles klar. Bis morgen. Ciao. Du siehst also, künstliche Intelligenz kann mittlerweile für dich auch Telefonate führen. Kleine Randnotiz, künstliche Intelligenz ist übrigens extrem günstig im Verhältnis zu anderen Lösungen. Das heißt, dieses Thema wird immer attraktiver, immer besser. Du kannst also auch diese Performance-Lücke ganz einfach schließen, wenn man weiß, wie. Also hier nicht dem Denkfehler liegen. Zu dem Thema E-Mail-Marketing möchte ich nochmal ganz kurz ausholen, weil es gibt immer noch Leute, die sagen, ey, E-Mail-Marketing ist doch tot. Ich sage, ja, lang lebe E-Mail-Marketing. Weil es gibt hier einen entscheidenden Preisvergleich. Der Preisvergleich heißt, wenn du einfach mal siehst, was kostet SMS-Marketing, WhatsApp-Marketing oder halt auch Briefe im Vergleich, wenn du einfach mal hier diese Preise dir anschaust und siehst, okay, SMS-Marketing 7 Cent im Schnitt, WhatsApp-Marketing 4 bis 11 Cent, Postkarte 1,40 Euro. Das Einzige, was günstiger ist, ist tatsächlich der Facebook-Messenger oder Insta-Messenger. Aber die Frage ist, wie viele nutzen das denn? Ich kann dir sagen, so ein Facebook-Messenger zum Beispiel 35 bis 48 Prozent der Deutschen. Über 89 Prozent der Deutschen haben eine E-Mail-Adresse. Das heißt, brauchen wir hier an der Stelle ganz einfach, also du hast mehr als das Doppelte an Reichweite mit E-Mail-Adressen und eine E-Mail zu versenden, kostet dich roundabout 1 Cent. Rein faktisch. Das heißt, hier, wenn man mal die Preise so nimmt und sich mal anschaut, was kostet es, jetzt exemplarisch 10.000 Menschen viermal am Monat zu kontaktieren, bist du bei der SMS irgendwie bei 2.800 Euro, bei WhatsApp wärst du sogar noch teurer, bist zwischen 1.000 bis 4.000 Euro. Beim Thema Instagram-Messenger oder Facebook-Messenger, da bist du deutlich günstiger. Beim E-Mail-Marketing legst du quasi ein Hunderter mehr drauf, bist bei 169 Euro und kannst alle kontaktieren. E-Mail-Marketing ist also extrem günstig und die E-Mail-Adressen und das ist auch was, was ganz viele nicht auf dem Schirm haben, die du generierst, die kannst du für unterschiedliche Dinge nutzen. Nicht nur, dass sie ein Unternehmensasset sind, was du später sogar mitverkaufen kannst, sondern du kannst sie auch benutzen, um zum Beispiel deine Paid Ads effektiver zu machen. Du kannst mit einer E-Mail-Adresse deine Custom Audience oder deine Lookalike Audience bei Meta füllen. Kannst du mit Telefonnummer nicht. Das heißt, solange es keinen adäquaten Ersatz zum Thema E-Mail-Marketing gibt und den gibt es Stand heute einfach nicht in dieser Kombination, solange es den nicht gibt, ist E-Mail-Marketing einfach nicht tot. Auch wenn es immer wieder Leute gibt, die das Thema vielleicht langweilig finden, aber ich kann dir sagen, es gibt so viele Unternehmen, die machen 60, 70, 80 Prozent ihrer Umsätze über E-Mail-Marketing. Darunter gehören so kleine Unternehmen wie übrigens Amazon, nur so Randnotiz. Also wenn die Unternehmen das machen, sollte man vielleicht doch nochmal eine Runde über das Thema nachdenken. So, es gibt natürlich auch Fakten dazu, also E-Mail-Marketing ist nach wie vor massentauglich. Also auch da wieder, wenn du in deiner Customer Journey, in deiner Kundenreise E-Mails benutzt, ist das für alle völlig in Ordnung. Stell dir mal vor, ich würde dir ein, wir telefonieren miteinander und danach schicke ich dir ein Angebot über, weiß ich, 20.000 Euro per Facebook-Messenger. Ist komisch oder fühlt sich falsch an. Ist nicht vertrauenswürdig. E-Mail-Marketing ist super vertrauenswürdig. Über 81% der Menschen, der Babyboomer, auch 59% der Gen Z vertrauen auf E-Mail-Marketing. Es ist also, wenn eine E-Mail kommt, absolut vertrauenswürdig. Ja, es gibt Spam-Mails, klar, die hast du bei allen anderen Kanälen auch. Es ist ein extrem genutztes Thema. 89,2% der Deutschen kontrollieren mindestens einmal am Tag ihr E-Mail-Postfach. Das hast du in den anderen Kanälen nicht. Das hast du bei WhatsApp zwar mit drin, allerdings haben wiederum nicht alle WhatsApp und es kostet halt wieder sehr viel. 9 von 10 Personen werden übrigens per E-Mail oder per Newsletter auf neue Produkte aufmerksam, ergeben sogar Studien. Das ist ein super heißes Thema. 77% der B2B-Unternehmen, 64% der B2C-Unternehmen nutzen E-Mail-Marketing. Stand heute. Es ist also ein super etabliertes Medium. Und die E-Mail-Automation als Katalysator, um die Kundenerfahrung einfach besser zu machen, ist essentiell. Das zeigen auch die ganzen Auswertungen. Also der Anstieg der Vermarkter, die das Budget in E-Mail-Automation reinpacken, steigt kontinuierlich. Ist ein bisschen älter. Ich habe keine aktuellere Studie zu dem Thema gefunden. Aber man sieht eigentlich in den letzten Jahren, auch wenn du dir anschaust, Fortune 500, von den 500 erfolgreichsten Unternehmen, die es auf diesem Planeten gibt, nutzen nur wie 97% der Unternehmen nutzen E-Mail-Marketing. Hat einen Grund. Das, was du halt mit E-Mail-Marketing perfekt machen kannst, du kannst die Anzahl der Touchpoints steigern. Du brauchst einfach diese Anzahl der Touchpoints. Das hatten wir ganz am Anfang und ich möchte dir einmal kurz erzählen, wie krass sieht es denn eigentlich aus? Wir brauchen nämlich nicht irgendwie drei oder vier Touchpoints, sondern wir brauchen echt viele. Wir brauchen im B2B mittlerweile durchschnittlich 20 Touchpoints. 20 Touchpoints, um etwa 80% der Interessenten an den Punkt zu kriegen, dass sie kaufen von den Potenziellen, die wir haben. 20 Touchpoints und wenn du das jetzt alles in WhatsApp oder E-Mail oder in WhatsApp oder Postkarte bezahlst, wird es extrem teuer und wenn du es versuchst mit Telesales zu machen, wird es extrem ineffizient und auch teuer. Deswegen ist E-Mail-Marketing einfach nicht wegzudenken. Im B2C sind es übrigens auch 14 Touchpoints und das hat einfach damit zu tun und diese Zahl steigt auch kontinuierlich. Das hat damit zu tun, dass wir immer mehr Informationsquellen haben. Das war früher so, dass wir nur sieben Touchpoints im Schnitt gebraucht haben. Also früher heißt jetzt 1986 glaube ich. Da war es so, dass wir nur sieben Touchpoints gebraucht haben. Heute zwischen 14 und 20 Touchpoints, die nötig werden. Wir entscheiden uns also immer langsamer und E-Mail-Marketing ist auch perfekt, um manche Sachen direkt zu verkaufen. Also du kannst Einladungen zu Events, Webinare, Aktionen, Feiertage, es ist der verlängerte Arm vom Vertrieb. Du kannst damit Leads aufwärmen, Follow-up machen für Angebote, du kannst organisatorische Themen klären, Terminvereinbarung, Vorbereitung, Bitte um Bewertung, Bitte um Empfehlung. Du kannst Kunden mit onboarden, du kannst Mitarbeiter onboarden, du kannst vieles, vieles mehr machen und es ist halt eine perfekte Datenquelle für deine bezahlte Werbung. E-Mail-Marketing ist also nach wie vor eine essentielle Säule im Marketing und wenn du E-Mail-Marketing nicht machst, entgehen dir einfach mal 20 bis 30 Prozent Umsatz ganz locker. Also E-Mail-Marketing und Telesales ist einfach perfekt, um dann in Kombination mit einem guten Traffic-Kanal für dich richtig für Umsatz zu sorgen. E-Mail-Marketing ist im Prinzip so ein bisschen das Universalwerkzeug, was du immer brauchst. Du kannst E-Mail-Marketing schlecht ersetzen, du kannst aber Telesales durch KI ersetzen, du kannst Telesales intern machen oder extern machen. Du kannst auch gar keine Telesales machen, geht auch, dann muss dein Produkt aber sehr günstig sein, dass du halt keinen Vertrieb brauchst. Wenn dein Produkt teurer ist, brauchst du einen Vertrieb. Aber nur Vertrieb ohne E-Mail-Marketing muss der Vertrieb kontinuierlich rotieren. Dein Vertrieb wird in so einer Dauer-Endlosschleife sein und wird halt so ein bisschen den Kampf gegen Windmühlen machen. Deswegen diese Kombination. Wenn du es richtig machst, kriegst du halt auch brutal schnell einen Return-on-Invest. Was bedeutet das genau? Also, wenn du genau nach diesem Konzept, was ich dir heute vorgestellt habe, gehst, dann kriegst du im Schnitt von den Leads, die du über den Lead-Magneten generierst, 10% sofort konvertiert. Also nach der Eintragung 10% sofort. Übrigens, diese 10% sind schon mehr als das, was die meisten im Vertrieb überhaupt generieren. Kleine Randnotiz. Das heißt, 10% generierst du sofort und wenn du es richtig machst, generierst du 25% bis 35% der Leads, die du generiert hast, später in Kunden. 25% bis 35% konvertieren später auch noch in Kunden. Falls du dich jetzt fragst, was passiert denn mit der anderen Hälfte, die übrig bleibt? Ja, die Leads konvertieren nie. Hast du im Vertrieb immer. Hier gibt es aber einen essentiellen Unterschied. Es macht einen riesen Unterschied, ob du die Leads generierst und manuell nachfasst und die Hälfte nicht konvertierst oder die Leads generierst und automatisch nachfasst und keinen Aufwand hast und die halt nicht konvertierst. Das ist der große Hebel. Das heißt, wenn du Vertrieb auf dem herkömmlichen Weg machst, musst du diese 50% manuell sieben und das kostet Zeit und Geld und nerven, ehrlicherweise. Das ist der Punkt. Die Voraussetzung ist, dein Lead-Magnet erfüllt die Angaben, die wir ganz am Anfang einmal geklärt haben, ist also richtig, richtig attraktiv. Dein Funnel ist ideal aufgebaut, dein E-Mail-Marketing ist professionell und du fasst die warmen Leads per Telefon nach. Das haben wir ja auch schon geklärt. Wenn du das machst, dann kannst du im Marketing und im Vertrieb gar nicht scheitern und du wirst dann kontinuierlich Leads generieren, weil du ein Geschenk rausgibst. Die Leads werden qualifiziert über E-Mail-Marketing, was dich kein Aufwand kostet. Die Leads haben Interesse, weil du natürlich auch nachfasst und wollen mit dir ins Gespräch kommen und dann hast du ein Verkaufsgespräch, wo jemand da sitzt, der wirklich ernsthaftes, inständiges, intrinsisch motiviertes Interesse hat, mit dir ins Geschäft zu kommen, weil dein Produkt einfach überzeugt, deine Dienstleistung überzeugt, die Person deine Qualität erkannt hat. Das ist der Unterschied und das ist das, was ich meine mit Sog-Marketing und Sog-Vertrieb. Das macht richtig Laune. Du kriegst hier nochmal ein paar Ergebnisse von unseren Kunden. Ich möchte mal heute drei Beispiele geben, zwar einmal von einem Software-as-a-Service-Unternehmen. Hier haben wir durch diese Strategie innerhalb der ersten sechs Monate 259 bessere, äh, 259 Prozent bessere Leads konvertiert bei identischem Traffic. Heißt, wir haben das Ergebnis verzweieinhalbfacht und wir haben 298 Prozent mehr Neukunden abgeschlossen bei identischem Traffic. Wir haben nichts am Traffic geändert, keinen neuen Kanal, keine Paid-Ads, wir haben den Vertrieb nicht aufgestockt. Wir haben einfach diesen Prozess klüger gemacht und wir haben noch da zusätzlich den, ähm, Support wahnsinnig entlastet. Wir haben also 300, fast, also dreimal so viele Neukunden generiert, ohne was anderes zu ändern. Einfach nur, weil wir den Prozess in der Mitte smart und automatisiert logisch gemacht haben. Philipp Semmelroth, äh, sensationeller Speaker, sensationeller Verkäufer, sensationeller Unternehmer, lohnt sich einfach mit ihm zu beschäftigen. Er ist im Bereich, ähm, Verkaufstraining und das ganz speziell für IT-Systemhäuser, da hat er, ähm, eine Wahnsinns-Expertise. Bei ihm schafft er es, dass über 60 Prozent, 65 Prozent der Vortragszuhörer erhält sehr viele geniale Vorträge in Leads werden und diese Leads konvertiert er natürlich super zu kunden und hat jetzt in den letzten Jahren damit mal locker 550 Bewertungen gesammelt als One-Man-Show. Der Wahnsinn. Also, er macht einfach ein geiles Business. Oder aus dem Bereich Multi-Level-Marketing, was jetzt ein B2C-Angebot ist, Ulrike und Vijay Kurfürst, die haben innerhalb der ersten neun Monate ihre Partnergewinnung um 51 Prozent steigern können. Jetzt kann man sagen, ja, 51 Prozent, na gut, 51 Prozent von 10, ist jetzt nicht 4, dann wären es 15 Partner. Man muss dazu sagen, die haben über 60.000 Partner in ihrer Downline. 60.000 Partner in ihrer Downline. Du hast richtig gehört. Glaub mir, wenn dort ein Hebel angesetzt wird mit über 51 Prozent besseren Partnergewinnung, ist das ein echt langer Hebel. Wir haben hier nachweislich über 210 Stunden Arbeitszeit pro Monat eingespart, weil wir den Vertrieb auf dieses System umgestellt haben. Und wir haben natürlich damit eine Hammer-Motivation im Team. Das sind nur ein paar unserer Ergebnisse. Wenn du mehr haben möchtest, findest du die bei uns auf der Webseite. Und da kannst du dich einmal reinlesen, was haben wir mal gemacht und was sind die Ergebnisse bei Kunden. Und wenn du jetzt für dich sagst, das ist ein geiles System, das will ich umsetzen, dann hast du die Möglichkeit, das halt hier nach genau diesem Konzept natürlich alles selber einmal umzusetzen. Oder wenn du den kurzen Weg gehen willst, dann kannst du natürlich mit uns auch so eine Strategie implementieren. Und ich habe dir gesagt, es gibt ein Angebot, was du nicht ablehnen kannst. Und das möchte ich dir natürlich auch kurz erzählen. Du kriegst, wenn du mit uns zusammenarbeitest, die ersten Ergebnisse innerhalb der ersten zwei Wochen. Das Ganze kostet dich etwa anderthalb Stunden Aufwand im Monat. und du zahlst nur bei Erfolg. Wenn dich das anspricht, dann habe ich an der Stelle alles richtig gemacht und dann freue ich mich auf unser persönliches Kennenlernen und sage jetzt schon mal bis später. zu versetzte .